Jetzt der Kollege Rolf Lenkert für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident! Geehrte Kolleginnen und Kollegen! Als Sprecher des Volksbegehrens für eine bessere Familienpolitik bin ich 2005 politisch aktiv geworden. Wir setzen uns in Thüringen für sichere und bessere Kita-Plätze ein. Schon damals wollte uns die Union nicht glauben, dass frühkindliche Bildung die beste Investition in die Zukunft ist. Ich zitiere den Nobelpreisträger für Ökonomie, James G. Heckman. Eine geradezu traumhafte Rendite erwirtschaftet langfristig jeder Euro, der in die frühe Förderung von Kindern, also noch vor der Schulzeit, investiert wird. Heckman wies nach, weniger Schulabbrecher, weniger Teenagerschwangerschaften, weniger Kriminalität und stattdessen höhere Bildungsabschlüsse, mehr Produktivität und bessere Gesundheit. Das seien laut Heckman die messbaren Erfolge einer verantwortungsvollen Bildungspolitik. Denn diese müsse sich darauf konzentrieren, Benachteiligungen schon in Krippe und Kindergarten auszugleichen. Die herrschende Politik habe dies offenbar noch nicht begriffen, stellte Heckman am 13. März 2008 in Leipzig fest. Eine Studie des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit vom März diesen Jahres, in Auftrag gegeben von der Thüringer SPD, belegt, dass mit dem Thüringer Landeserziehungsgeld gerade Kinder aus benachteiligten Familien wegen des Betreuungsgeldes zu Hause bleiben. Nun ist es an der Zeit, die wahren Gründe der Bockbeinigkeit der Union beim Betreuungsgeld einmal zu betrachten. Ich bin überzeugt, dass die Union und die Familienministerin es nicht schaffen, bis 2013 den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz umzusetzen. Ihre Rechnung ist, jede Familie, die sich für das Betreuungsgeld entscheidet, verkleinert die Lücke der fehlenden Plätze. Das ist der erste wahre Grund des Betreuungsgeldes. Das Betreuungsgeld beträgt 150 Euro im Monat. Ein Kita-Platz für ein- bis dreijährige Kinder kostet in Thüringen etwa 800 Euro. Nehmen wir für die Bundesrepublik die Zahlen aus Thüringen als Grundlage. Abzüglich der Kita-Gebühren sparen Länder und Kommunen je Monat etwa 500 Euro für jedes Kind, das zu Hause bleibt. Laut Gesetzentwurf sind für 2014 1,1 Milliarden Euro für das Betreuungsgeld eingeplant. Damit würden 610.000 Kinder zu Hause bleiben. Jeden Monat 500 Euro für 610.000 Kinder, die keinen Kita-Platz nutzen. Das erspart den Haushalten 3,7 Milliarden Euro Kosten im Jahr. Das ist der zweite Grund für das Betreuungsgeld. In Thüringen besuchen dank des erkämpften Rechtsanspruchs ab dem ersten Geburtstag mehr als 60 Prozent der Kinder zwischen dem ersten und dritten Jahr eine Kita. Frau Schröder will aber nur für 35 Prozent dieser Kinder Kita-Plätze schaffen. Ich glaube, die Eltern denken bundesweit wie in Thüringen und wollen mehr Kita-Plätze. Davor haben sie Angst. Und deshalb glauben sie, mit dem Silberling-Betreuungsgeld diese Herausforderung wegzubekommen. Das ist der dritte Grund für das Betreuungsgeld. Paradox wird es ab 2014. Sie haben dann 1,1 Milliarden Euro für das Betreuungsgeld vorgesehen. Damit würden 50 Prozent der Kinder zwischen ein und drei Jahren zu Hause bleiben. 35 Prozent hätten nach ihrem Plan einen Kita-Platz. Was ist mit den anderen Kindern? Wollen sie Plätze zweimal vergeben? Einmal von 8 bis 12 und einmal von 14 bis 18 Uhr? Dann gibt es doppelt so viele betreute Kinder und sie könnten für einen Kita-Platz zweimal Betreuungsgeld weglassen. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Liebe Koalitionäre, verzichten Sie auf das Betreuungsgeld. Verbessern Sie dafür, wie die Linke es fordert, die frühkindliche Bildung. Frau Ministerin, Sie kennen sicher viele Zitate. Ich empfehle Ihnen eins von Mark Twain. Wenn der letzte Dollar weg ist, ist Bildung das Einzige, was übrig bleibt. Deshalb vergessen Sie das Betreuungsgeld. Stimmen Sie mit uns für die beste frühkindliche Bildung für alle Kinder und für Kindertagesstätten. Vielen Dank. Das Wort erhält nun die Grünen.